Eine Muh, eine Mäh, eine Täter, eine Täter. Eine La-Hau-te. Eine Fosau-Hau-te. Tja. War jetzt hoffentlich der Stuhl. Hä? Ich hab Geräus-Batter. Ist klar. Hippie, das war's. Nee, guck mal hier. Was denn? Der Stein hier. Ja, ich hab keine Hacke mehr, tut mir leid. Du müsstest selber machen. Aber Erde hast du, ne? Ähm, zweimal 64 und 60. Dann füll mal da hinten das Loch bitte aus. Yep. Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön. Oh, 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 oh Ich trage hier den Berg ab, es macht mir Spaß, lala lala. Ich trage mal eine Frage, das Nether-Portal, ne? Ja. Muss das so groß sein, also darf das nur so groß sein oder muss das mindestens so groß sein? Das muss so groß sein, ich glaube größer geht nicht und kleiner sowieso nicht. Nein, mein Spieltag hat Buchformat, ich muss ein neues Spieltag machen. Ich mach hier einfach mal das Cobblestone. Dauert zwei länger ne? Ja, aber es ist mir schön, das ist egal, so weißt du. Hast du dumme Ohren, hast du gesehen, ne? Die hat ne Schaufel. Ich hab ne Schaufel aufgesammelt. Eine Cobblestone-Schaufel. Kommt auch nix, weißt du, total die Stille. Was? Hahaha. Da merkt man, um wie viel langsamer das geht, wenn du mit Cobblestone und Spitzsacken so weiter abbaust, ey. Ja, im Vergleich zu dem Bohrer, ne? Ja, das auch. Aber ich hatte grad eben ne Eisenspitzhacke. Achso, ok. Ups, ich hab keine Erde mehr. Fling, da hat jemand etwas vergessen auszustellen. Ich hab einen neuen Abonnenten, willkommen in unserer Runde. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ja ich hab noch ein bisschen im Inventar ne ich hab noch ein bisschen im Inventar nö hast du nicht nein, ich nicht sieht man doch von hier ok ich lüge dich an ganz egal wo gibts mir richtig ganz egal wo gib mir diese scheiß Melodie dann nicht mehr ausm Kopf da kommt irgendwer geschickt wieder im Proton Kontinence du 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 ja es regnet ja ja nass werden 19 Erde habe ich noch kann ich nicht sehr viel mitreißen scheiße muss ich irgendwo noch Erde abtragen gehen ja wo gehen wir denn noch Erde abtragen hier komm hui 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 ein baum der nicht richtig abgehackt wurde fliegt hier rum fliegt hier rum ein baum der nicht richtig abgehackt wurde fliegt hier rum bitte dann trage ich hier die Erde ab Erde ab Erde ab Erde ab da vorne ist ein Hühnerei ich hab's mir eingesackt da war auch schon die Schaufel hin Schaufel hin Schaufel hin das hat doch alles gar keinen Sinn gar keinen Sinn um und die zweite ist auf die Hilfe der Hüpfel fähig aber es müsste reichen hui 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 ja dann verlaufen du musst nur einmal um dich rum du musst nur dahinten wieder gehen hier guck da ja ja hab schon entdeckt hallo rettisch to fly ha 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 wei oh wei wei oh wei so soll der Berg da hinten eigentlich ein Gletscher sein? keine Ahnung frag mal bist du ein Gletscher oder was? ich will doch nur spielen ho 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 hih tu doch nichts So. Ja cool, dann ist das schon mal fertig. Können wir nach und nach das alles so ein bisschen natürlicher aussehen lassen. Ja, 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 ich hab dich gesehen. Bitteschön. Dankeschön. Guck, Bursche baut uns hier schön an, hier. Sie nannten ihn noch FF. Genau. Gibt es ihn überhaupt noch? Yeah, er sprach. Was war das? Ich bin gleich durchgelaufen. Spring mal in den Brunnen rein. Wie springt man in den Brunnen rein? In welchen Brunnen? Ja, da, wo es gerade eingeschlagen ist. Ha, ha, ha. Was ist los? Was ist da? Was denn? Äh, da, da. Wie stehst du beim Brunnen? Ja, und wie kommt man da wieder raus? Ja, eigentlich müsste man da... Hä? Ja. Ja. Das Problem ist, bei mir steht da jetzt Landschaft mit heruntergeladen. Ich bin leider zu... Und das war wieder zu gierig. Ich hab noch nicht mal so ganz diesen Knall noch mitbekommen. Das war eher so bumm, zack und ab, rennen damit. Oh, war ein dicker Leck, ey. Boah, jetzt wird geladen. Das war ein dicker, fetter Leck, ey. Soll ich dir mal ein bisschen Salgut hinterher schmeißen? Ich war einfach nur zu fett. Da war die... Warte. Guck mal, ich hab dir was hinterhergeschmissen. Komm, das ist jetzt bei dir an. Leg deinen Arsch einfach hier durch und feierabend. Ey, das ist echt da durchgegangen. Flipp, guck mal, das ist weg. Du hast Salguts so, so braune... Ja. Das wurde auf einmal eingesogen, so. Flipp. Und weg war es. Ja, wie kommt man jetzt wieder da raus? Ja, bist du auf der anderen Seite? Nein. Ja, dann... Okay, ich komme. Um das mal hier... Geh, wo sind wir denn jetzt? Hä? Es ist ja dunkel. Ja, ich weiß. Ist das die Schattenwelt? Twilight Zone. Ey, Tatsache... Aufpassen, dass Edward nicht mehr ankommt. Ob das kann. Das ist echt die Schattenwelt, wie bei Zelda. Ja, ah ja. Meinst du, ich mach hier irgendwelchen Piss oder was? Und wieder durch. Zack. Das heißt, das ist jetzt nur... Ich weiß nicht, wo du bist, aber... Ich bin jetzt wieder da. Ich bin jetzt wieder in der anderen Welt. Das ist mir zu... 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 Ja, Duster ist relativ, das Lustige. Ich bin ganz allein hier. Ich bin allein. Aber das ist total cool, ey. Hier sind so riesengroße Bäume. Ja, ich weiß. Danasso-Style. Da, 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 da. Hier kommen wir ins Loch rein und sappeln die Pelle. Hallo. Guten Tag. So, ich muss jetzt auf jeden Fall mal Steinziegel brennen. Und geile Scheiße, die ich da mache, ne? Yo. Yo, 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 yo. Reinfahren, rausfahren, glücklich sein. So, als nächstes kommt der... Das kann man... Ist egal, ist egal. Lass es gehen, Stefan, halt die Fresse. Wir müssen jetzt den Hühnerstall mal bauen, da. Diesen, diesen mit Abführautomatik. Boah, boah, boah. Ihr, dein Spaßbad. Ja. Das ist wirklich so, da kommen denn die Eier automatisch runter. Ja, scheiß. Und die Hühner haben voll Spaß dabei. Wo soll das öfters sein? Ich meine, jeder würde sich freuen, wenn die Eier im Wasser baumeln können, oder? Wollt's grad sagen, Hühner, die Spaß an Eiern haben, das ist... Es ist egal, das auch wieder Lass es gehen. Lass es gehen, Lass es geht. Wir sind schon voll die ARC-Missione. Hühhüh. Wir wollen ja auch diesen super tollen Preis haben, dann gibt es die... Ähm... Die goldene Himbeere, genau. Wir sind ja nominiert dafür, das weiß nur noch keiner. Und frauenfeindlich und so. Jetzt brauche ich auf jeden Fall Wassereimer. Ähm, zwei Stück sind... Und ich brauche... Ne, ich brauche erstmal Sand. Ich brauche ganz viel Glas. Haben wir noch Glas? Irgendwo hatten wir Glas. Ja, nur Glasscheiben, super. Oh, ein paar Glasböcke. Scheiße, wo kriege ich jetzt Glas her? Äh, Sand her. Lala, ich gehe mal auf... Ah! Bin das schafft. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, da liegt ein A-Hai rum. Wow, voll die Gletscherlandschaft, ey. Äh, Gletscher-Landschaft. Ui! Ja, ich bin... Ja, ich bin...